Hallo, willkommen in meiner Küche. Ja, heute gibt es wieder einen Teil von meinem halben Lamm, und zwar die Leber. Die habe ich hier. Wie man die grillt und was dazu passt, das verrate ich euch gleich, viel Spaß dabei. Unsere Lammleber machen wir heute auf dem Grill. Dazu wird es Zwiebeln und gebratene Äpfel geben und etwas Salbei und am Schluss Balsamico. Aber zunächst müssen wir mal die Leber vorbereiten. Die Leber, so im Stück, da schneiden wir jetzt einfach Scheiben runter, nicht zu dick. Und ungefähr so. Und diese Scheiben würzen wir erstmal nicht. Das machen wir ganz zum Schluss und grillen die ganz kurz heiß an. Wenn man Leber zu früh würzt, kann die nämlich hart werden. Und deswegen machen wir das nicht. Ganz zart, wunderbar. Und die Leber hat dann, sagen wir mal, solche Teilchen hier. Die schneiden wir natürlich raus. Das sind irgendwelche Adern. Völlig normal. Jetzt haben wir das natürlich irgendwie zerstört. So und so kommt die jetzt auf den Grill. Und dann bereiten wir unsere anderen Sachen noch dazu vor. Für unsere Lammleber habe ich hier eine Tropäa-Zwiebel und zwei Äpfel. Und die werde ich jetzt einfach mal kurz vorbereiten. So, wir machen jetzt die Lammleber. Und dazu ist die Pfanne hier schon etwas vorgeheizt. Und da kommt jetzt Olivenöl rein. Und unsere Tropäa-Zwiebel. Und das Ganze dünsten wir jetzt so ein bisschen an. Wenn die so ein bisschen angedünstet sind, kommen die Äpfel dazu. Und ich kann euch ja mal schnell zeigen, wo die Leber ist. Kommen wir mal mit. Hier haben wir unsere Lammleber. Die habe ich hier in Scheiben geschnitten. Das sieht man ja dann auch auf dem Video. Und nur etwas Öl drauf. Die wird nicht gesalzen, weil die sonst nicht vernünftig gart. Das ist ganz wichtig. Und da kommen dann noch Salbein mit dazu. Und hier haben wir noch die Äpfel. Aber erst müssen wir natürlich ein bisschen die Zwiebeln andünsten. Ja, jetzt kommt es schon. Da pfeift der Wind rein. So, jetzt nach hier in der Mitte. Ein bisschen Platz. Und da kommen jetzt die Äpfel rein. Und da geben wir jetzt auch direkt den Salbein rein. Und ein bisschen Salz. Die Süße haben wir durch die Äpfel. Und dann brauchen wir ein bisschen Kontrast. Und das macht es halt. So. Jetzt mal die Zange. Die Lammleber, die wird relativ schnell gehen. So, und jetzt drehen wir mal um. Die Zange. Hier. So, hier sieht man schön, wie ein Apfel ein bisschen karamellisiert ist. Richtig gut. So, ich will mal die Temperatur ein bisschen runternehmen. Ich meine nämlich, Apfelspray hast du drauf gehabt, für den Apfel. Okay, ich hab jetzt mal noch kraschen. Okay. Jetzt machen wir mal da noch was. Steigen Sie mal da bitte, ne? Moment, ich bereite das jetzt mal vor. Ich freue mich, das ist jetzt gleich fertig. Und das lege ich dann da drauf. Jetzt mache ich hier so einen kleinen Haufen, so einen kleinen Berg. Weil da lege ich jetzt gleich die Lammleber drauf. Gehen wir von da? So. Schaut super aus wie es fertig. So. Perfekt. Okay, und jetzt gehen wir zum Tisch. Und das restliche Finish, das machen wir am Tisch. Weil die Leber haben wir noch nicht gesalzen bisher. Und das machen wir jetzt. So. Jetzt probieren wir mal. die Säure, das Salz, die Süße vom Apfel, traumhaft. Und es schmeckt ganz, ganz, ganz dezent nur nach Lamm. Das ist super. So. Wir essen jetzt weiter. Probiert es mal aus. Sehr genial. Ich wünsche euch was. Tschüss. 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 Tschüss.